Ich gebe euch einen kurzen Überblick über Finanzierungsmodelle. Man muss dazu sagen, wenn wir über Grundeinkommensmodelle reden, dann reden wir nicht nur über Finanzierungsmodelle, sondern es ist natürlich klar, wie viel Geld da notwendig ist, hängt von der ganzen Reihe von anderen Faktoren ab, auf die wir dann noch eingehen werden. Zum Beispiel, wie viel bezahlt wird, an wen im Einzelnen und so weiter. Grundsätzlich bei der Frage, ist das Grundeinkommen finanzierbar, gibt es eine kurze, eine mittlere und eine lange Antwort. Die kurze Antwort ist, eigentlich ist das schon finanziert. Das ist also die Argumentation, die zum Beispiel Götz Werner öfters mal bringt, in dem Sinne, dass Finanzierung ist ja normalerweise etwas, da will ich ein Projekt machen und brauche Geld dafür und das muss ich mir irgendwo leihen und dann finanziere ich das oder so. Also das ist natürlich beim Grundeinkommen anders. Es geht nicht um die bunten, bedruckten Scheinchen, sprich Geld. Ob da genug davon da ist, sondern es geht darum, um die Frage, werden genug Güter und Dienste produziert, damit alle Menschen unter dem Eindruck eines Grundeinkommens für alle genug da ist. Und das ist offensichtlich zumindest im Moment der Fall, dass man das dann über Geld natürlich verteilt, also wie Bezug scheint, ist eine andere Geschichte, aber das ist die eigentliche Frage. Das heißt, jemand, der das ernsthaft in Frage stellen müsste, müsste ein Argument bringen, warum er meint, dass in dem Moment, wo die Leute Grundeinkommen sind, sie aufhören würden zu konsumieren oder zu produzieren. Dann gibt es eine mittlere Antwort, indem man einfach so eine Art Modellbaukasten den Leuten bietet und jeder kann sich sein Lieblingsmodell, also zumindest ansatzweise machen, im Sinne von sich plausibel machen, dass das von der Größenordnung funktioniert, wenn es politisch gewollt ist. Das will ich am Schluss von dem Referat kurz euch zeigen, wie das aussehen könnte. Und dann gibt es die lange Variante, sich nämlich einfach die existierenden Grundeinkommensmodelle anzugucken. Ja, Grundeinkommensmodelle, was meinen wir da genau damit? Also zumindest solche Fragen sollten durch ein Grundeinkommensmodell beantwortet werden. Erstens, also wer bekommt Grundeinkommen? Da steht immer so schön alle oder so, aber alle ist ein bisschen schwammig. Man will schon genau wissen, wie schaut es mit Flüchtlingen aus, wie schaut es mit Kindern aus und so weiter und so weiter. Also das alle muss dann konkretisiert werden, wie das genau ausschauen soll. Dann natürlich, wie viel Grundeinkommen bekommt man? Was kostet uns das Grundeinkommen, uns als Gesellschaft, als Staat? Wobei hier die Nettokosten gemeint sind, also man kann erst mal sagen, okay, wie viel Geld will ich den Leuten geben, aber dann muss man gegenrechnen, wie viel glaube ich dann einzusparen? Und das hängt wieder davon ab, welche anderen Sozialleistungen ich gegebenenfalls glaube, durch ein Grundeinkommen ersetzen zu können. Dann natürlich, woher kommt das Geld? Was kostet für das Grundeinkommen? Also die Finanzierungsfrage im engeren Sinne, ja, also welche Töpfe will man da anzapfen? Was dann wieder politische Auswirkungen hat? Das heißt, Steuerwirkungen, je nachdem, wo ich das Geld abgreife, bewirke ich auch politisch etwas. Dann natürlich, wie wird das Grundeinkommen bezahlt? Da gibt es im Prinzip zwei Varianten, das eine nennt man die Sozialdividende, das ist das klassische Ding, man gibt den Leuten erst einmal Geld und anschließend schaut das Finanzamt, was es von den Leuten an Steuern haben will. Und dann gibt es die Variante der negativen Einkommenssteuer, da funktioniert es so, dass einfach Finanzamt und Steuerzahler gucken, okay, was kriegt das Finanzamt vom Steuerzahler und was kriegt der Steuerzahler in Form von Grundeinkommen vom Finanzamt? Dann wird das miteinander verrechnet und die Differenz wandert dann in die eine oder in die andere Richtung. Ja, was ist mit den Sozialversicherungen, wäre die nächste Frage, also was ist Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung? Wie soll das weiterlaufen, wie wird das mit dem Grundeinkommen verheiratet? Dann generell, welche Sozialleistungen werden gestrichen, also wo glaubt man, dass das Grundeinkommen bestehende Sozialleistungen ersetzen könnte? Natürlich auch wieder ein wichtiger finanzieller Aspekt. Was ist mit Sonderbedarfen, also wenn ich Behinderung habe und brauche einfach mehr Geld für das Leben als Durchschnittsbürger, wie schaut es damit aus? Und letzten Endes auch die Verteilungswirkung, weil Leute machen oft den Fehler, dass sie glauben, Grundeinkommen sei sozusagen ein Instrument der Umverteilung. Streng genommen nicht. Streng genommen entscheidet sich das erst an dem Punkt, wo ich mich entscheide, wie ich das Grundeinkommen finanziere und wie hoch es ist. Erst dann kann ich feststellen, ob und welche Verteilungswirkung es hat. Es gibt im Extremfall Modelle, ich nenne das von Althaus, Günther, nee, wie ist er im Vornamen? CDU-Politiker, der hat ein Modell vorgelegt, das wurde vom Hamburger Wirtschaftsinstitut durchgerechnet, da war die Verteilungswirkung sogar von unten nach oben. Das heißt, die hatten eine Flat Tax, wo dann unterm Strich sogar eigentlich die Reicheren stärker profitiert hätten von dem Grundeinkommen. Also das heißt, da muss man ein bisschen genauer hingucken. Und letzten Endes, welche flankierenden Maßnahmen werden im Zusammenhang mit diesem Modell empfohlen? Also typischerweise, jetzt brauche ich vielleicht noch einen Mindestlohn, einen gesetzlichen, brauche ich vielleicht noch eine gesetzliche Arbeitszeitverkürzung oder solche Dinge. Gut, steigen wir ein. Basiere jetzt hier das Weitere auf der Übersicht, die dankenswerterweise mein Kollege Roland Blaschke uns zur Verfügung gestellt hat und ausgearbeitet hat. Die Zahlen sind alle von 2012. Das heißt, es wird an der Zeit, dass man das mal wieder aktualisiert, ist aber ein Haufen Arbeit. Und deshalb werden dann noch freiwillig gesucht für das Projekt. Der Vorteil ist, alle diese Modelle sind veröffentlicht worden, sind in größeren Organisationen diskutiert worden, sind zum Teil durchgerechnet worden und sind verifiziert in dem Sinn, dass wir uns haben bestätigen lassen, ob das, was wir in dieser Übersicht angeben, dass das tatsächlich übereinstimmt mit dem, was die Autoren meinen. Ihr findet es bei uns also auf der Website Grundeinkommen.de unter Grundeinkommen. Da gibt es dann Modelle, den Punkt Modelle und dort ist eine Übersichtstabelle, wo also genau zwölf Modelle eines vollen Grundeinkommens dargestellt werden, weitere sechs Modelle eines sogenannten Partiellen Grundeinkommens, also was nicht die Höhe hat, die wir brauchen, aber ansonsten alle Kriterien erfüllt und dann werden auch zu Vergleichszwecken Grundsicherungsmodelle und so weiter auch noch diskutiert. Grundbegriffe, genau. Damit ihr wisst, wovon wir reden. Es schwirren verschiedene Begriffe rum. Ja, Grundeinkommen ist klar, hoffe ich jedenfalls. Die vier Kriterien, die das Netzwerk dafür definiert hat. Bedingungsloses Grundeinkommen ist dasselbe. Okay, das ist also wie ein weißer Schimmel, wenn ich sage Bedingungslos. Manche meinen, sie sollten das nochmal betonen, dass es bedingungslos ist. Es ist im Begriff Grundeinkommen enthalten. Ich persönlich finde das ein bisschen weniger glücklich, weil einige Leute eigentlich schon negative Assoziationen mit dem Wort bedingungslos verknüpfen. Partielles Grundeinkommen habe ich gesagt, ist also etwas, was in der Höhe kein volles Grundeinkommen ist. Sozialdividende und negative Einkommenssteuer habe ich erwähnt. Das sind zwei Auszahlungsmodi für ein Grundeinkommen. Grundsicherung ist das, was man also Vulgo, Hartz IV und so weiter, das sind alle diese bedürftigkeitsgeprüften und mit Arbeitszwang versehenen Standarden oder Gegenmodelle, wenn man so will, Konkurrenzmodelle. Grundsicherung habe ich gesagt, das wird oft auch Mindestsicherung genannt. Mindestlohn ist was völlig anderes, das kennt ihr inzwischen, haben wir ein Gesetz dafür, da geht es einfach nur darum, dass der Stundenlohn nicht unter eine bestimmte Höhe sinken darf, hat also mit Grundeinkommen eigentlich überhaupt nichts zu tun. Garantiertes Mindesteinkommen, ich werde noch irgendwo in der Diskussion rum, wird oft synonym, gleichbedeutend mit Grundeinkommen verwendet, ist ein bisschen schwammiger, ist nicht sauber definiert und wird gern auch mal genommen, um halt ein paar Bedingungen halt doch sozusagen einem unterzujubeln, also da wird auch nicht so genau dann drauf geachtet. Bürgergeld als letztes kann im Prinzip alles bedeuten, also es sagt erstmal überhaupt nichts, gibt Leute, also Wolfgang Engler in seinem Buch Bürger ohne Arbeit, bei dem ist es einfach ein Grundeinkommen, was wir da Bürgergeld nennen, dann gibt es aber FDP-Bürgergeld und so weiter, ist praktisch eine Hartz-IV-Variante. Existenzgeld gibt es auch, das war eben das alte Modell von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Sozialhilfeinitiative, genau, das ist es auch, aber der ist inzwischen nicht mehr so in der Diskussion. So, hier haben wir jetzt die Beispiele, also ich habe mal jetzt sechs Beispiele rausgegriffen, das Modell der BDKJ als unser Gastgeber hier, ist natürlich als erstes zu nennen, dann emanzipatorisches Grundeinkommen der BAG-Grundeinkommen bei den Linken, das solidarische Grundeinkommen von zwei Klienter-Piratenpartei, was also in der Piratenpartei diskutiert wird, es gibt aber dort noch ein konkurrierendes Modell, wo Johannes Pronader und andere dahinterstecken, also beide Modelle sind als Favoriten in der Diskussion der Piratenpartei, dann gibt es das sogenannte grüne Grundeinkommen der grünen Jugend, gibt ein weiteres Modell auch von den Grünen, was dort ebenfalls eine Rolle spielt, dann das Modell der Attac AG genug für alle und last not least das Modell von Benedikt Hartorbe und Götz Werner, da werde ich wenig dazu sagen, weil ich hoffe, dass wir da von Dr. Presse dann mehr dazu erfahren können, im Übrigen ist auch nicht viel veröffentlicht worden zu dem Modell, muss man halt leider auch sagen. Grundeinkommensmodell der BDKJ, bezugsberechtigt sollen alle Menschen sein, entweder ab Geburt oder die mindestens acht Jahre in Deutschland leben. Da gibt es eine Einschränkung, wenn man, also vor der Rente sollte man mindestens 20 Jahre lang Deutschland gelebt haben. Vielleicht kann irgendein Vertreter der BDKJ uns dazu noch was sagen, so richtig klar ist mit dieser Punkt noch nicht geworden, muss ich zugeben. Aber Asylberechtigte und Asylbewerber sollen ebenfalls Grundeinkommen bekommen nach dem Modell. Geplanter Höhe sind 800 Euro, Auszahlungsmodus als negative Einkommenssteuer. Über die Gesamtkosten wird nichts ausgesagt. Man muss fairerweise sagen, man könnte natürlich hergehen, man kann sich im Prinzip dann diese Gesamtkosten, die da unterstellt werden, zurückrechnen, indem man einfach die Höhe nimmt, indem man guckt, was wir einsparen sollen. Das ist ein mühsames Unterfangen, deshalb wäre es angenehmer, wenn es jeweils in ein Modell ausgewiesen wird, von welcher Größenordnung da ausgegangen wird. Finanziert werden soll es durch eine 40% Einkommenssteuer für Einkommen bis 2.000 Euro im Monat, für Einkommen darüber, schrittweise soll die Einkommenssteuer bis 53% ansteigen, also ein höherer Spitzensteuersatz als im Moment. Dazu kommen höhere Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern, Luxusumsatzsteuer und Ökosteuer und ein paar andere. Über Sonderbedarfe wird keine Aussage gemacht, Krankenversicherung, Pflegeversicherung soll als pathetische Bürgerversicherung gestaltet werden, also das heißt, über Steuermittel finanziert werden mit Beteiligung der Arbeitgeberseite. Und dann gibt es einen Arbeitszeitverkürzungsmoment, flankierend dazu sollen jährlich höchstens 1.500 Stunden Erwerbsarbeit geleistet werden dürfen. Und problematisch vielleicht, es existiert eine Gegenleistung, eine Verpflichtung zu Gegenleistungen im ehrenamtlichen oder Bildungsbereich. Genau genommen ist es also kein Grundeinkommen in dem Sinne, also wenn das wirklich voll gesetzlich durchgezogen würde, könnte man an der Stelle nicht mehr von einem Grundeinkommen, allenfalls noch von einem partiellen Grundeinkommen sprechen. Emanzipatorisches Grundeinkommen der Linken sollen alle bekommen, die einen Erstwohnsitz in Deutschland haben. Die Höhe sind 1.050 Euro ab 16 Jahre für jüngere 500 Euro und zusätzlich kostenfreie Kranken- und Pflegeversicherung. Das Volumen, was zu finanzieren wäre, hier wird mit 829 Milliarden Euro angegeben. Ihr seht schon mal, insgesamt mit relativ großen Zahlen zu tun. Der Vorteil der Finanzkrise ist, dass wir inzwischen an große Zahlen gewöhnt sind. 35% Einkommenssteuer sollen zur Finanzierung genommen werden, also offensichtlich flat, also durchgehend für alle Einkommensarten, plus eine Kapitalsteuer, also wohlgemerkt keine Kapitalertragssteuer, die wir jetzt schon haben, also dass ich meine Zinsen Steuern bezahlen muss, sondern Kapitalsteuer. Wenn ich als Kapitalist irgendwas investiert habe, dann soll ich für das, was ich da habe, Steuern bezahlen. Energiesteuer soll herangezogen werden, eine Börsenumsatzsteuer, eine Luxusumsatzsteuer und die Finanztransaktionssteuer. Finanzsonderbedarfe werden genannt, zum Beispiel für Schwangere, für Behinderte, für chronisch Kranke. Das sind aber nur Beispiele, also man sieht daran zumindest, dass an den Punkt gedacht worden ist. Es sollen entfallen alle Grundsicherungen, also Hartz IV und wie soll alle heißen, sowie BAföG, Kindergeld, Erziehungsgeld. Das Wohngeld soll modifiziert werden. Bei den Sozialversicherungen ist Rentenversicherung, Krankenversicherung und Pflegeversicherung als paritätische Bürgerversicherung geplant und die Arbeitslosenversicherung soll paritätisch organisiert werden, das heißt nach wie vor die Arbeitgeberseite beteiligt werden. Ein relativ starker Umverteilungseffekt, also Einkommen bis 6.000 Euro würden im Schnitt besser dastehen nach dem Modell. Das solidarische Grundeinkommen der beiden vier Raten hier bekommen alle mit Hauptwohnsitz in Deutschland oder mit dauerhaft rechtmäßigem Aufenthaltsstatus in Deutschland. Die Höhe ist 540 Euro plus 360 Euro Wohnkostenpauschale. Ich habe hier mal WG-Wohngeld hingeschrieben, aber das ist hier was ein bisschen anders, das wird nicht irgendwie weiter, also es gibt eine Pauschale. Interessant ist, dadurch sparen die gegenüber anderen Modellen Geld, weil mehr Personenhaushalte kriegen natürlich nur einmal die Wohnkostenpauschale. Während bei anderen Modellen ist es so, dass mit eingerechnet ist das normale Geld, was man für Miete braucht. Das wird aber an jeden ausbezahlen. Also insofern, durch diesen Ansatz sparen die hier doch erhebliche Summen ein. Auf der anderen Seite muss man sagen, Hintergedanke ist, der Staat soll mir möglichst wenig in mein Leben reinquatschen. Wenn er also jetzt hier solche Subventionsgeschichten bei den Wohnungssachen tut, dann begünstigt er natürlich einseitig bestimmte Modelle, zum Beispiel das Alleinleben gegenüber dem Zusammenleben, was eigentlich unerwünscht ist von der Grundtendenz beim Grundeinkommen. Zusätzlich sollen kostenfreie Rangversicherung, Pflegeversicherung gewährt werden und zwar für den Fall, dass Grundeinkommen das einzige Einkommen ist. Und es soll als negative Einkommenssteuer gestaltet werden. Das Volumen zu finanzieren wären 566 Milliarden Euro. Das soll finanziert werden durch eine 50-prozentige Einkommenssteuer flat, also egal auf welcher Höhe, immer die Hälfte. und zusätzliche 15 Einkommenssteuerpunkte für alle, die diese Wohnkostenpauschale beziehen. Entfallen sollen bei dem Modell die Arbeitslosengeld 2, das Kindergeld, das Erziehungsgeld bzw. Elterngeld und Familienbeihilfen. Dann paritätische Zusatzpflicht Rentenversicherung soll die bisherige Rentenversicherung ersetzen. Gedanke ist einfach, okay, bis zu der Höhe des Grundeinkommens habe ich als Rentner habe ich ja schon meine Tausende wahrscheinlich auch gekriegt. Also brauche ich im Prinzip nur das versichern, was ich darüber hinaus haben will, was ich über das Grundeinkommen hinaus haben will. Nur das brauche ich eigentlich versichern. Kranken- und Pflegeversicherung sollen aus der Einkommenssteuer finanziert werden und die Arbeitslosensversicherung soll entfallen. Also wie gesagt, die gesetzliche Arbeitslosensversicherung. Kein Mensch ist natürlich daran gehindert zu sagen, okay, ich mache eine private Versicherung, weil ich will, wenn ich Arbeitslos, das will das Risiko privat absichern. Bin aber bis zur Höhe des Grundeinkommens bin ich ja durch das Grundeinkommen bereits existenziell abgesichert. Sonderbedarfe werden gesehen bei Pflegebedürftigkeit, Erwerbsunfähigkeit, Behinderung. Es soll kombiniert werden, das Grundeinkommen hier, mit einem gesetzlichen Mindestlohn als flankierender Maßnahme. Über die Verteilungswirkung wird nichts ausgesagt. Das grüne Grundeinkommen soll an alle bezahlen, wenn die vier Jahre in Deutschland leben oder wenn sie mindestens zwei Jahre in Deutschland leben, bekommen sie das halbe Grundeinkommen. 800 Euro sollen gezahlt werden monatlich für Volljährige und unter 18 Jahre 400 Euro. Und zwar die Wahl haben, das entweder als negative Einkommenssteuer oder direkt als soziale Vendente ausgezahlt zu bekommen. Plus eine kostenfreie Kranken- und Pflegeversicherung bei allen, bei denen das Grundeinkommen das einzige Einkommen ist, die also kein weiteren Einkommen haben. Finanziert werden soll es durch eine progressive Einkommenssteuer, die ist heute auch schon progressiv, also zu lesen, noch progressiver wohl. Ja, da muss man anscheinend hier die Kurve ein bisschen noch nach oben biegen, sowie höhere Vermögenssteuer, Konsumsteuer, Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer. Alle Grundsicherungen sollen ersetzt werden durch das Grundeinkommen, sowie auch BAföG, Kindergeld, Wohngeld, Erziehungsgeld, dann Kranken- und Pflegeversicherung wiederum als Bürgerversicherung gestaltet und Renten- und Arbeitslosenversicherung nur oberhalb des Grundeinkommens notwendig. Sonderbedarfe werden gesehen für Alleinerziehende, dann aber auch wie üblich Behinderte und chronisch Kranke. Ein gesetzlicher Mindestlohn soll flankierend dazukommen. Über Kosten und Verteilungswirkungen gibt es keine Aussage. Das Modell der ATAK-AG genug für alle, soll Grundeinkommen an alle in Deutschland Lebenden ausgezahlt werden, Höhe 1029 Euro, wie gesagt, Stand 2012. Alle diese Zahlen würden aus heutiger Sicht müssen nach oben angepasst werden. Übrigens bei allen Modellen ist, auch wenn es nicht drinsteht, immer seit ich weiß vorgesehen, dass es Inflation angepasst wird an die Inflation. Das ist klar. Ja, es soll wahlweise als negative Einkommenssteuer auch auszahlbar sein. Über Kosten wird nichts ausgesagt. Es soll finanziert werden über eine Börsenumsatzsteuer, über eine Umweltsteuer, sowie eine Abgabe auf höhere Einkommen und Vermögen. Renten, Kranken- und Pflegeversicherung soll auch hier als paritätische Bürgerversicherung gestaltet werden. Über Sozialleistungen gibt es keine Aussage. Sonderbedarf werden zum Beispiel bei Behinderten und Älteren gesehen. Gesetzliche Mindestlohn- und Arbeitszeitverkürzungen sollen flankierend dazukommen. Auch über die Verteilungswirkung keine Aussage. Und schließlich als letztes noch hier das Modell von Arthur von Götzwerner. Wer das bekommt, ist nicht so ganz klar. Man kann zwischen den Zeilen lesen, dass wohl mindestens Staatsbürger, deutsche Staatsbürger es bekommen sollen und eventuell bei anderen eine Staffelung nach der Aufenthaltsdauer. Die Zahlen haben sehr stark variiert in der Vergangenheit von 600 bis 1500 Euro. Der Gedanke ist hier, dass es schrittweise erhöht werden soll. Für Leute unter 18 Jahren gibt es die Hälfte. Kranken- und Pflegeversicherungen sollen bei niedrigen Grundeinkommen gesondert, gewährt werden. Finanziert wird wie wir ausschließlich über die Konsumsteuer. Das ist ein spezifisches Ding bei diesem Modell, dass auch alle anderen Steuern wegfallen sollen. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt dieses Modells. Die wollen alle Steuern bis auf die Konsumsteuer abschaffen. Gibt es Gründe dafür, gibt auch Gründe dagegen, kann man diskutieren. Alle Sozialleistungen sollen schrittweise entfallen, wenn das Grundeinkommen hoch genug ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auch die Krankenversicherung wegfallen lassen. Da müssen wir nochmal gucken, möglicherweise gibt es da ein Missverständnis auf unserer Übersicht. Sonderbedarfe auf Antrag, ohne dass es genauer spezifiziert wird, was ein Sonderbedarf ist. Kollektivrechtlicher Mindestlohn soll ebenfalls möglich sein, wenn gewünscht. Über Kosten und Verteilungswirkungen wird nichts gesagt. Das besondere Alleinstellungsmerkmal dieses Modells ist, dass es substitutiv ist. Es soll heißen, das Grundeinkommen soll hier auch den Lohn ersetzen. Und ich hoffe, dass Dr. Presse uns da mir zumindest noch darüber Ausruf geben soll, wie sie das organisieren wollen. Das ist mir komplett unklar. Gut, also damit sind wir erstmal mit den Modellen kurz durch. Ich will euch jetzt kurz noch so Modellbaukasten hier mal vorstellen. Ein paar Faustregeln, die ihr euch mal in die Tasche stecken könnt, falls euch mal jemand nach Finanzierung fragt. Wie gesagt, das ist jetzt kein Modell, das ist also nicht das akkernische Modell oder was, sondern es ist einfach eine Plausibilitätsbetrachtung, ob die Größenordnungen machbar wären, wenn man denn wollte. Faustregel erstmal, um das nachrechnen zu können, der größte Topf ist natürlich das Volkseinkommen, weil alle Steuern werden direkt oder indirekt da abgegriffen. Volkseinkommen liegt bei circa 2000 Milliarden Euro pro Jahr. Die Sozialleistungen, die jährlich im Sozialbudget ausgewiesen werden, liegen bei derzeit circa 800 Milliarden Euro, also nicht 1500, wie ein Schäuble mal meinte. Da hat er sich wohl vertan. Das Mehrwertsteueraufkommen liegt bei 200 Milliarden Euro circa und ihr wisst, es gibt unterschiedliche Mehrwertsteuersätze, wenn man das rechnen will, kann man als durchschnittlichen Mehrwertsteuersatz 17 Prozent ansetzen. Wichtige Botschaft jetzt, also eine schöne Faustregel, wenn man das mal schnell rechnen will, was kosten, müssen so und so viele Euro Grundeinkommen. Jeder Euro, Grundeinkommen pro Kopf und Monat, kosten genau eine Milliarde Euro pro Jahr. Also genau ist etwas ungenau, sondern unten steht die genau, wie wir das rechnen können. Da wir ca. 81 Millionen Einwohner haben, kommen wir ziemlich genau hin, mal zwölf Monate und so weiter, gibt knapp eine Milliarde dann. Das heißt, der Fehler, den man dann da macht, ist zweieinhalb Prozent und konservativ gerechnet. Das heißt, wenn ich diese Faustregel nehme, verlange ich eher etwas mehr. In anderen Worten, das kann ich für Argumente gut hernehmen, wenn einer sagt, das stimmt, genau so, ja umso besser. Gut, und dann wird ein Modellbaukasten, könnte dann so aussehen. Indem man also diese Zahlen nimmt, kommt man darauf, dass jeder Prozentpunkt Einkommenssteuer auf alle Einkommensarten, aber nicht nur Arbeitseinkommen, auf alle Einkommensarten finanziert etwa 20 Euro Grundeinkommen pro Kopf und Monat. Jeder Prozentpunkt Mehrwertsteuer finanziert etwa 12 Euro pro Kopf und Monat. Jeder Prozentpunkt gesparte Sozialleistungen finanzieren etwa 8 Euro pro Kopf und Monat, wobei man hier gleich sagen muss, wir können nicht alle Sozialleistungen durch ein Grundeinkommen ersetzen. Dinge wie Jugendhilfe wollen wir weiterhin haben und außerdem sind große Posten sowohl Krankenversicherung als auch Rente sind im Sozialbudget drin. Muss ich also gucken, wenn ich sage, okay, ich will Krankenversicherung hier mitfinanzieren, ja, dann mit dem Grundeinkommen ausschütten, dann könnte ich es da wegnehmen, ja, ich kann aber auch sagen, ich lasse es einfach drin, ich mache da gar nichts dran, dann muss ich es aber drinnen lassen, dann darf ich es nicht gleichzeitig einsparen, also da muss man ein bisschen gucken. Wer will, kann auch sagen, 1% Erbschaftssteuer würden zum Beispiel derzeit ca. 25 Euro pro Kopf und Monat finanzieren, 1% Vermögenssteuer etwa 100 Euro pro Kopf und Monat und 1 Promille Finanztransaktionssteuer würden 60 Euro pro Kopf und Monat finanzieren. Dann kann man sich vielleicht noch merken, dass wer Kinder Grundeinkommen auf die Hälfte haben will, gibt es ja Argumente dafür, weil Kinder bis zu diesem Alter keinen eigenen Haushalt führen müssen, dadurch entsprechende Kosten sparen, kann man davon ausgehen, dass das etwa 10% einsparen würde von der insgesamt zu finanzierenden Summe. So, und ein Beispiel dazu einfach, nehmen wir an, wir wollten 800 Euro Grundeinkommen finanzieren, plus eine kostenlose Krankenversicherung, die ist hier drin, da geht man einfach davon aus, da lassen wir alles wie es ist und kümmern uns nur um den Teil Grundeinkommen. Dann könnte man zum Beispiel sagen, gut, dann sparen wir 50% Sozialleistungen ein, bringen 400 Euro pro Kopf im Monat und dann erhöhen wir die Einkommenssteuer auf alle Einkommensarten um 20% Punkte, kriegen wir nochmal 400 Euro, dann zusammen 800. Jetzt würde jemand sagen, wow, 20% nochmal drauf, das ist ein Haufen, da würde man eben in der Spitze, würde man beim Spitzensteuersatz für Reiche bei irgendwie sogar 65% landen, auf der anderen Seite muss man sagen, also ich habe kein Problem damit, Frankreich hat einen Spitzensteuersatz von 75%, England, der 70er Jahre hatte noch 83% bevor die Saturing kam und USA in den 50er Jahren sogar 91% Spitzensteuersatz, also diese Dinge sind politisch machbar, wenn man will. Aber zweites Argument, weshalb es nicht so schlimm ist, wie es hier steht, man nehme einfach mal irgendein Beispiel 4.000 Euro am Monatseinkommen, dann würde das heißen, wenn ich für diese 4.000 Euro pro Monat 20 Prozentpunkte mehr Steuern zahlen, 20% von 4.000, das wären 800 Euro, müsste ich 800 Euro mehr Einkommenssteuer zahlen, würde aber im Gegenzug 800 Euro Grundeinkommen, das heißt, ich würde plus minus null dastehen. Und für alle, die weniger als 4.000 Euro im Monat verdienen und ich nehme anders sind ein paar hier dabei, die würden alle besser dastehen. Das ist eine ganze Menge, das ist mit Sicherheit die große Mehrheit der Bevölkerung, die selbst bei so einem simplen Ansatz hier besser dastehen würde. Das war es eigentlich, die Kommerchen. good tov F�典 una schwerheit. wo ich es mangoiert habe. ... ...